Es ist schon immer die Faszination, jedes Fahrzeug, was du fährst, wirklich am Limit zu bewegen. Wenn du einen Ticken drüber bist, dann war es der Ticken eben zu viel. Das ist natürlich auch ein Vertrauen, was sich in so ein Fahrzeug stecken muss. Material muss natürlich funktionieren. Das sind natürlich alles Komponenten, die dann auch die Sicherheit zum einen, aber auch den Erfolg zum anderen ausmachen. Und der Kish in 3rd, an exciting end.